Joa, also, wie ich angedeutet habe, wollte ich ja hier zu dem Jarl laufen. Gucken, was er mir diesmal zu sagen hat. Ich habe mir diesmal auch wieder einen Wecker hingestellt, weil ich gemerkt habe, dass das letzte Video doch ein bisschen über einer Viertelstunde war. Ich habe aber coolerweise herausgefunden, wie ich jetzt meine Videos formatieren kann, ohne dass die allzu schlecht werden und ohne dass die so riesig sind. Okay, ich muss hier mit dem Zauberer sprechen. Bla, bla, bla. Ja, genau. Indeed. Bla, bla. Bla, bla, bla. May or may not bla. The dragonstone. Da war ich. Ich glaube, das Ding habe ich eingesteckt. Ja, okay, ich habe den scheinbar. Gut. Da kannst du mal sehen. Ich bin voll special und so. Sehr schön. Und? Noch irgendwelche Aufgaben? Ah, bla. Have you encountered? Bla, 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 bla. Ja, steh mir nicht im Weg rum. Oh, hier ist hier Mr. Jarl schon wieder. Ich labere ihn einfach mal an. Not now. Dann labere ich den halt nicht an. Folge ich dem andern Pfeil? Ach ja, ach stimmt. Der schuldet mir ja noch Kohle. Hier, Mr. Aveniti. I'm here for the bounties. So ist es. Shield der. 100 Gold. Für den Aufwand. Ah, ja gut, dann nicht. Nebel, 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 Nebel. So. Ah, wunderbar. Jetzt gibt es was zu tun. Okay. 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 Okay, okay, wunderbar. Oh, kann mal irgendjemand Watchtower, okay. Ja gut, alles klar. Dann laufen wir mal zum Watchtower. Ich frage mich, woher die überhaupt wissen, dass da irgendwie der Drachen aufkreuzt haben, die hellseherische Fähigkeiten neuerdings. Ja, ja, ja. Wenn ich ja das letzte Mal so exzessiv angespielt habe, weiß ich natürlich, dass da definitiv ein Drachen auftauchen wird. Da lerne ich auch meinen ersten Schrei. So, folgen wir mal dem Weg. An sich habe ich noch ganz viel Müll, den ich irgendwie verkaufen könnte. Genau. Ja, das war ja irgendwie so ein Pfeil- und Bogen-Verkäufer. Hunting-Supplies, natürlich. So, was habe ich doch schon, oder? Shock Damage. Oh, er hat einen Steel Dagger. Den kaufe ich. Ähm. Äh. Er hat auch Stahlpfeile. Die kaufe ich am besten auch, aber nicht alle 119. Das wäre ein bisschen zu vieles Routen. Kann ich das zufällig auch so schieben? Oh ja. Okay. Leather Boots. Die hatte ich letztes Mal. Die sehen ganz gut aus, deswegen nehme ich die wieder. Mhm. So. Ziehen wir uns mal an. Ja, Potions, die sammle ich ein, aber die mache ich nicht selber. Die sehen so aus, die sehen so aus. Ich finde die schicker. Achso, ja, ich wollte ja auch noch Sachen verkaufen, die ich hier habe. Ähm. Genau, den kann ich verkaufen, weil ich den nicht mehr brauche. Ähm. Wie ich Stamina brauche, habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden, außer zum Laufen, aber ich werde bestimmt nicht, um länger zu laufen, hier mehr Alk trinken. Eigentlich ist am Anfang nur Essen wichtig, damit man, so mehr kann ich nicht verkaufen, damit man halt zwischendurch beim Kämpfen sich mal kurz eine Schnitte reinschieben kann. Oh, 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 oh. zwangsweise zwischendurch mal ein bisschen tiefer ins Glas gucken müsste, weil man sonst einfach mit seinem Leben nicht mehr klarkommt. Dann würde ich hier auch den Alkohol behalten, aber so ist das irgendwie... Ja, kann man sich schenken, ne? Muss man eigentlich nur zwischendurch futtern. Ja, und da scheint wohl der Turm zu sein. Warum sind da eigentlich schon wieder zwei Pfeile? Ähm, meet und... Achso, das kann ich mal ausmachen. Achso, der andere zeigt bestimmt auf die Ische, die da irgendwie um die Ecke kommt. Okay, jetzt zeigt ein Pfeil hierhin. Sag nicht, dass ich auf die warten soll. Ich guck mal auf die Karte, wo das andere mich hinführt. Und ich finde nichts, okay. Ja gut, hier scheint schon irgendwie was abgegangen zu sein. Ich kann ja schon mal in diesem Turm gucken, ob ich da irgendwelche Sachen finde, die ich... ... röchel, röchel. No, get back. Hier, Mr. Eingeschüchtert. Here he comes again. Here he comes again. Dann sollte ich vielleicht mal rausgucken. Ich seh nix. Completed, okay. Das heißt, der muss ja jetzt gleich kommen. Oh, ich hab ja immer noch hier... Oh mein Gott. Oh, Drache, komm, ich schau dir aufs Maul. Ja, ich mach mal hier. Obwohl, nee, ich sollte doch lieber das nehmen, weil es einfach stärker ist. Wo ist er denn da, ist er? Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe, weil ich gar nicht auf den Fußboden geguckt hab. Hä, warum läuft er in die andere Richtung und spannt seinen Bogen, wenn der Drache da sitzt? Der Mirmulnir. Der Mirmulnir. Äh. Ja, könnten Sie bitte so freundlich sein, mal stillzuhalten? Ich kann leider nicht so gut auf bewegliche Ziele schießen, weil ich ein bisschen retardiert bin. Okay, der scheint getroffen zu haben. La, 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 la. Hm, das geht aber schnell. Wenn er jetzt gerade unten sitzt, in der Hoffnung, dass das... Ich seh natürlich grad mal wieder überhaupt nichts. Okay. Duraki, no. Ja. Investigate the Dragon. Das können wir doch mal machen. Nachdem wir hier... Anger... Assert... Hat er etwa einen aufgefressen? Das ist ja lustig. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen alles mit, damit wir gleich alles verscheuern können. Ja. Schön. Äh, use the shout section, blah, to equip, blah, blah. Kriegen wir hin. Word of power. Das haben wir doch schon gelernt. Aber jetzt können wir es auch anwenden. Und, äh, nachdem ich das jetzt aktiviert habe... Ach, das ist schon aktiviert. Ähm, werde ich jetzt erstmal Pause machen. Pause. So. So.